ähm hi Leute es gibt doch ne kleine Planänderung wir spielen jetzt mit dem Muffin 05 7 und ich bin mal gespannt was der so sagt noch eigentlich nichts weiter einladen hallo so auch nicht schon wieder die Batterie die Batterie von mein Controller äh ähm dann da keine Ahnung ein ein dann das 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 Aber hört man mich überhaupt? Anscheinend schon. 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 Anscheinend jetzt. Anscheinend schon. Anscheinend schon. Das ist das da. Achso, da unten ist ja normal so ein... Merk ich. What's wrong? Du bist dich. Aua! Sorry, habe auszusehen jemanden angegriffen. Ich glaube, der ist hinter mir her. Oh, der kommt. Munitionsrutscher. Ey, der bewirft mich jetzt damit. Was mache ich? Ich greife den an. Mist, Kerl. Aber bauen kannst du immer noch. Was ist denn das? Oh, also du kannst ja abschießen, aber dann musst du damit rechnen, dass sie dich wegbounce wie sonst noch was. Ja, habe ich gerade herausgefunden. Schau, hier. Liegt auf dem Boden und dann bounce die eigentlich weg. Schau, Peng. Was habe ich dir gesagt? Genau das. Ich habe hier eine mega Kiste. Munition. Ich nehme diese und da. Also jetzt seht ihr alle Kisten, die in der Umgebung sind. Ich habe gedacht, das sind wir in Zweiarbeiter. Ja, okay, dann doch halt nicht. Da ist noch eine Kiste. Was sind die Möpfe? Ah, ich habe drei. Für jeden eins. Ich bin der Einzige, der wenig Ding hat. Ne, Kapaner habe ich genügend. Ich gehe mal ein bisschen erkunden. Ich bin wieder da. Gab nichts Spannendes. Alles oder nichts. Mann, der spawnt das. Äh, der spawnt. Der spawnt nichts. Er macht das Falsche in den Live. Der hat das Falsche in den Chatgeist postet. Weil eigentlich was ganz was anderes. Das, was er vorhin auch geschickt hat. Mit Discord zur Wohnung. Alter, ich komme hier mega weit, Alter. Ja, diese, so eine Art Webhook oder sowas. Ich werde beschossen. Ah, das sind nur Bots, weil die können nicht schießen. Ah, keine... Ach, du scheiße, ich... Ich habe vergessen, dass wir Trio spielen. Scheiße. Scheiße. Mist, ja. Einer knock. Oh, der andere will gleich Streit, ey. Aber halt, der trifft nix. Ah, das war nur ein Duo. Komisch. Crazy. Ja, ich habe was zum, äh, Ding. Ah, ich tut mal alles. Oh, nein, jetzt stecke ich fest. Nehmen wir was. Ja. Ja, ich habe mir schon die, äh... Halt, die nehme ich mir. Scheiße, meine Kopfhörer. Tut, tut. Tut, tut. Egal. Ja, ihr könnt looten. Ich brauche nix mehr. Brauche nix mehr. Dafür, äh... Ihr müsst... Ihr könnt... Ja, okay. Entweder du gehst aus, oder du hörst auf zu nerven, ey. Scheiß, Kopfhörer. Hier, wenn der Sniper werfen möchte. Hier. Oh, gerne. Hier. Hallo. Markiert doch die scheiß Sniper. Und nicht alles drumherum. Oh, danke. Ange. Ange. Geil. Schild spezialisiert. Äh, Spezialist. Spezialität. Mad Kids Park. Voll. Voll. Lass mich doch hier... Keine Ahnung. 3D... Ähm... Manöverapparat heißt das Ding. Äh, das ist ein... Äh, das ist ein... Das ist ein anderes Ding. Huch. Schaut, die sehen so aus. Hörst du? Ja, 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 ja. Kann nicht. Geil. Geil. Ah, endlich. Power off. Halt. Oh. Ja, okay. Ich muss die raustun, sonst höre ich nichts. Spammer mein eigenes Chat voll. Oh, markierst du eine Pump? Aua. Ich bin runtergefallen. Was denn da Interessantes? Rückgegönnt. Also, ich bin immer der Einzige, der nie voll ist. In irgendwas. Ich habe nie irgendwas richtig voll. Richtig nervig ist das. Ich habe die Drehung nicht richtig gesehen, aber die sah krass aus. Zumindest das, was ich gesehen habe. Wenn der Sniper, wer möchte... Hast du eigentlich Sniper Moon? Ich? Ja. Äh, ja. Ja. Weil ich kann dir was geben. Wenn jemand's braucht. Äh, ja, kannst du mir geben, kannst du mir geben. Ich habe 10. Wo bist du? Da. Weil ich brauche ja... Ich habe ja keine Sniper, deswegen... Weil ich benutze lieber Kant... Kant... Kantana, ja wahrscheinlich. Oder, äh... Kant... Katana oder was anderes. Vorgang jetzt den kaputt zu machen. Weil dann können andere den nicht mehr benutzen. Die low sind. Bats. Bats. Kommt zu mir, wenn ihr loot wollt. Kranken loot. Hierher. Das hört sich so gefährlich an. Und dann geht's auch etwas schneller. Also, bauen hast du nicht verlernt. Also, äh... Und, wird irgendwas negativ markiert? Mit einem roten Punkt oben drauf. Was sich bewegt. Nimm halt Medkit. Was drunten liegt. Das tut du nicht, das tut. Immer mit einem Metall. Einmal über das hier. So. Immer mit einem Metall ist ein Medkit. Oh, ich brauche nicht. Oh, ich habe mich fast selber runtergeboxt. Äh... Ähm... Ich habe Bock zu kämpfen. Nöchtest du auch. In der Richtung. In... Uh... In ungefähr... In dieser Richtung. Also, ungefähr dort. Wird gekämpft. Beziehungsweise wurde. Auto. Hier. Auto. Ah, ne. Das warst du. Vor allem, der Skin sagt einem nicht, wie gut man spielt. Das ist halt das Geile daran. Nur weil ich einen scheiß Skin habe, heißt es noch lange nicht, dass ich scheiße spiele. Ich habe bestimmt mehr Kills. Ich habe voll viele. Ich habe voll viele. Irgendwann. Triffst du nichts oder bist du einfach nur ein Zoffe? ganz allein der ist mir auch in der arme gelaufen friedenschützer habe ich dass man hier alles bekommt dann wird wieder gekämpft habe es gesehen ja wo ich ungefähr schon markiert hatte dort hinten bei der brücke hatte ich kann forschen gehen wo gekämpft wird genau jetzt lass mich doch auf diesen scheiß baum junge danke kann ich etwas genauer dann sein mit markieren da ist bebaut da ist bebaut ja pass auf das sind oft dann mal gegner in der nähe war nicht mit dem auto weil das orientiert mich dann bitte hinten gegner getroffen entne noch mal getroffen ich bin fast gestorben ich habe wo ich weiß was geil ist in die gegner nicht einen so wissen wo man sich aufhält wo ich bin grad blind da hinten da hinten da hinten ist down du kannst mal froh sein dass ich mal dieses geile ding habe und die sind alle da hinten bis da ein bisschen wenn wir jetzt in epischen holen dann spiele ich nur noch mit dir aber wenn ich ist auch nicht schlimm ach ja stimmt die sohn die habe ich ja schon wieder vergessen nein wir waren so knapp so knapp der eine hat muss ich nicht interessantes los also bereit machen aber die letzte sind die ja ja wir waren ja zweiter geworden also wir sind ich habe noch mal kurz werbung gemacht man man mal wie habe ich denn die timer eingestellt mitspielen auf 35 times junge bin ich bescheuert das muss auf die niedrigste die höchste nicht auf die 35 die ist ungefähr dort zu miet ich frage mich schon wann kommt denn das endlich da gucke ich nach alle 35 minuten also manche sachen sind sie für sich ist liegen gut richtige diskussion in dem in meinem chat zu haben aber du schaust mir zu nicht und ich schaue mir sie gegenseitig zu also eine richtige diskussion kann ich da ähnlich anzetteln wo sind wir denn vorhin gelandet dort landen wir am arsch der welt wieder und kippen uns absolut op auf anonym 264 will nicht mehr so wie land am arsch der welt das ist immer meine taktik am arsch der welt land und dann epischen sieg holen ist eigentlich eine taktik die man eigentlich nicht viel verkehrt machen kann außer man kann nicht schießen und alles löschen löschen interessiert mich nicht sie mir auch nicht ich kann meine eigenen nachrichten nicht mehr löschen springen es war selten dass jemand auf mich hört und ich muss links offen hier oder was hast du gesehen wie viele da landen ich land da hinten ja wenn du das sagst ja hier heiße ich habe nur baumaterialien bringt mir aber nix jungen was habe ich dir gesagt was habe ich dir gesagt nicht fangt Der macht der. Bring den nix. Aller du bist tot. Ey, der hat mich sogar vorhin auch gekillt. Chat ist nix interessantes. Alter Junge. Ja, Alon, deine Nachricht finde ich auch klasse. Lohnt es sich noch, dass du mich wieder einlädst in deiner Lobby, äh, in deiner Vorneintlobby oder nicht mehr? Wann gehst du schlafen? Ja. Einfach so. So, wir landen jetzt dort, wo ich gesagt habe, ja, hinten. Schade, ich hab gedacht, man kann so richtig geil runterspringen. Es gibt Fragen, die sollte man manchen Personen überhaupt gar nicht stellen. Hä, wo ist meine Markierung schon wieder? Ach ja, ja. Ich stehe zu früh auf, aber gehe zu spät zu schlafen. Wenn ich sage spring, springt ihr dann? Nö. So, das habe ich ja kaputt gemacht. Ich habe was kaputt gemacht, was ich vielleicht nicht hätte tun sollen. Ja, kann's ja machen. Du bist nicht gezwungen, hier irgendwas zu tun. Guck mal, was ich direkt als erstes finde. was ist das? Wer will? Ich nehme zwei mit. Ich habe es ja scheiße gedochen. Mann! Mit einer bestimmten Taste. Wo ich angefangen habe, Fortnite zu spielen. Boah. War so schlimm. Alon, du müsstest eigentlich Bad High Furkan kennen. Der hat mir das Fortnite spielen eigentlich beigebracht. Krass, oder? Das hört sich aber so an, wie wenn ich mit dem mal in einer Beziehung war. Pfui. Pfi. 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 Ihr dürft nicht beide gleichzeitig reden, sonst verstehe ich niemanden. Aber es ist immer schwer zu passen. Man redet der eine und man redet der andere. Da ist Anfang der Zone. Ich habe besser Pump gefunden. So. So, 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 so. Ich freue mich nur noch eine andere Waffe. Gibt's nix. Aber wo ist diese Person da? Achso, ganz oben. Okay, ganz oben war ich noch nicht. Ich war nur halb oben. Hey, jetzt ist sie nicht mehr ganz oben, sondern fast ganz unten. Oder was? Wo läuft die hin? Wo kommt man? Hier kommt man hoch. Ey, die knall ich gleich ab. Wenn die auf, wenn die, wenn die weiterläuft, knall ich die ab. Ah, nee, ist ein R. Egal. Also, wir können gleich mal gute 500 Meter weiterlaufen, weil da ist nämlich die nächste Zone. Ey, ich habe mein Gold geopfert für euch. Dass wir wissen, wo die nächste Zone ist. Ja, ich, ich schwinge mich davon. Ups, ups. Das sind die Dinger, die ich auch habe. So. Ja, bei mir haben die Spider-Man-Handschuhe so rumgepackt, aller. Immer wenn ich geschwungen immer, wenn ich Schwung hatte, bin ich dann immer runtergefallen. Bin immer runtergefallen. Ah, ich habe Weitschuss. Mit denen habe ich mich schon mal angelegt. Gegner. Auf 30 Uhr. Da. Ich hatte ihn. Alon, das war mein Gegner. Scheiße, muss nachladen. Nee, den hast du. Den kommt Team-Mate. Penner. Uh, das war knapp. Nee, ich brauche jetzt mal medkit, weil sonst bin ich tot. Muss er da hinten gucken. Muss er da hinten an dem Stein gucken. Ja, wo ich markiert habe. Beziehungsweise, da ist, ähm, wo ich markiert habe. Keine Ahnung, was ist ein Munition-Ding, habe ich markiert. Aber das da, äh, ist. Warte, ich guck mal für dich. Huch. Nee, da ist nicht viel mit dabei. Aber ich habe nur noch eine Sniper-Schuss. Scheiße. Sound kommt. Ich bin mal weg. Na. Mal weg. Das ist, das ist so ein, das ähnliche Teil, nur dass du statt du dich vorschwingst, schießt. wie weit weg bin ich eigentlich von euch hier gibt es eine fette ekelhafte banane die kauf ich mir wer will eine blaue schrotflinte kampfschrotflint hier ich habe das ding was ich auch habe aber meins ist halt halb kaputt hatte ich markier es dir noch mal muss halt ganz auf den turm hochglittert also ich sage nichts du tust des eiketen so dass du dies halt hast und dann musst du halt gucken wo die punkte leuchten da kannst du wo du schießt sich fortbewegen ja stell mal vor so nö ich habe die hälfte schon benutzt penner war eh nur im bot war sonst wäre er jetzt schon nicht tot hat jemand der hat aber viel sniper moon gehabt der gegner dort bewegung registriert wer wo will strass doch nicht war nur ein rift ne dort hier übelster feit ein knock könnte mir mal vielleicht jemand helfen kommen wenn es geht zügig okay geht doch eigentlich okay doch nicht habe alle Absolut Hops genommen Da waren so Ich habe jetzt 6 Kills Oh hier Kiste Achso sorry dass ich die Das halb Leere Ding gegeben habe aber Ich bin da wo die Action Sein soll Und deswegen brauche ich halt das volle Ding Also die Loot Island Brauch man nicht Achso das hat jemand von uns gebaut Also ich habe 900 Holz 999 fast 999 Steine Und knappe Ewig viel Holz Äh und Ich halte von der Mega City Ganz viel Abstand Weil ich habe damit schlechte Erfahrungen gesammelt Deswegen Da besiege ich mich gleich woanders hin Hallo bleibt doch stehen Ah Dann lass mal dahinter zum Schloss gehen oder Okay doch nicht Ähm ich würde jetzt erstmal hier gucken Dass wir überleben Ah warte Das Schloss ist hier ungefähr Das sehe ich nur Warte ich schwinge mich alle und komm mit Ich habe keine Ahnung ob da unten Gegner sind oder nicht Ja hier 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 küsten was willst du ich habe drei Schlüsse ich kann dir dreimal öffnen Also dort wozu Was noch das da kann ich dir öffnen Ah da muss Aber ja Ein blaues Katana brauche ich nicht ich habe schon lila Katana Ähm Huch Ja fuck Ich habe kurze Zeit vergessen dass die da Dieses komische Schwingding machen So wenn die Wir gehen dann sofort in die Oh ich würde ehrlich gesagt in diesem Haus chillen So lange bis Gegner kommen Weil die denken jetzt das Haus ist leer Verstehst Aber ich chill halt auf dem fucking Baum Okay doch nicht Aber ey wir sind so krasse Kämpfer Wir kriegen das hin ohne dass du stirbst Ey Alon Anlebt das was nicht du Sorry Hab mich im Namen verguckt Ja beide Artes verwirrt mich voll Ja eben Ich schaue halt nur auf den ingame Namen weißt Also die Bedrohung ist gering Aua Aber Aber wie lange noch Wo seid ihr Ach so Ihr seid hinter mir Ich sehe Gegner nicht eindeutig Knapp getroffen Knapp vorbei Da hinten ist einer Einer ist runtergesprungen Ich gehe hin Du bleibst weg Der Gesuchte Marvin du bleibst weg Wieso bleibst du weg Ich habe auch Heilung Aber danke Ich bin weg Rückzug Rückzug Ich bin weggeguckt Ich bin weggeguckt Ich bin weggeguckt So wie bei wenn du dich ansprichst Auch halten Reicht Ja komm her Ah ne du bist du So Unten in der Baum Oh scheiße Oh scheiße hallo und du bleibst tot weil ich mir nicht leisten kann auch noch drauf zu gehen besonders weil ich schon gefährdet bin junge die treffen mich nicht weil die einfach scheiße sind den aimen musst aufpassen du musst immer kampf ich wollte gerade schon auf dich schießen ich bin ich bin leicht gestresst ich kein bock habe jetzt nochmals weiter also ein nerviger auf dem baum eigentlich mal runter gesaved what a safe in dem haus wir müssen das haus systematisch ab kämen also abkämpfen systematisch bekämpfen meint ich aber gegner alle bewege ich so dumm und bewegt sich nicht von der stelle weißt du was getroffen was droht ja der macht aber ganz schleunigsten rückzug oder was nicht mit mir du ich muss jetzt nachgehen ich habe keinen bock nochmal zweiter zu werden ich streng mich aber sowas von an das hat jetzt so fucking lang gedauert aber es hat sich so gelohnt aber ich danke an euch beide dass ihr auch mackels gemacht habe nicht nur ich gefühlt ich habe glaube ich die meiste das weil sie nicht haben sich nicht gemerkt das ist er auch ich auch battle pass haben sie auch sechs mal geändert battle pass belohnungen also das erste das goldene das ist das der normale und alles alles was grau ist kannst du dir so kaufen ja wenn du diese battle sterne oben hast da hast du eh mehr als genug kannst zwei bis drei pro reihe sturmolke sushi schild sushi schuba kosten vier ich habe 106 dinger was will mit dem schrott ich habe bock richtig ich habe erst mal 13 von 100 belohnungen auftrag das ist mit belohnung anzeigen stehe ich nicht hallo hoops ich müsste halt seit guter einer stunde schon oft blätter was mache ich hier sitzen und zocken aber das ist so schlimm genau so und nicht anders ich bin ach ja stimmt du hast ja im mai geburtstag sondern groß ohne die schenke seitdem man akala ist weiß das ja schon weil ich mit ihm ja auf facebook gewohnt bin ja und auf das so muss man ja sein sein echten geburtstag angeben dadurch nö ich hab ein fake weißt in vielen apps bescheiße ich immer mit meinem geburtstag das weiß halt ich mache meistens 2000 oder sowas ich finde das fällt nicht so auf 2000 da bin ich jetzt 23 jahr alt so noch eine letzte runde und epischen holen oder ins bett gehen du hast ja mein mein dingsbumster wie heißt das gott namen und alles so war ja hast auch meinen stream namen und alles sie du kriegst du hast du es nicht ausgemacht hast eine benachrichtigung wenn ich streame aber ich denke du hast ausgemacht ja dachte ich mir schon ja ich habe es bei snapchat ausgegeben der eine dude musste mal über eine woche warten bis ich den mal angeschrieben habe und er so ja wann antwortest du ja ich warte jetzt schon seit hunderten von stunden und ich so ich habe auf die nachricht reagiert und habe zurückgeschrieben ja du wartest um genau zu sein fast drei tage auf mich sich eine antwort schreiben ich habe zudem schon sechs mal gesagt dass er meine whatsapp nummer haben kann dass ich eher reagieren aber aber nie macht dann natürlich nicht ich gehe jetzt auch ins bett bis morgen ja dann viel spaß ja mach ja aber ich stimme mich aber die mache ich alleine gell ja aus nicht mache ich schon für dich so meine damen und herren das war's mit dem erfolgreichen stream würde ich sagen ähm ja wir sehen uns morgen wieder und eh ansonsten würde ich sagen bis morgen schlaf gut und wir sehen uns morgen wieder ja tschüssi kowski tschüssi 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 Vielen Dank.